hallo und herzlich willkommen hier zurück bei black ops 3 diesmal ein pack opening wir haben die ganzen tage kräftig geschwitzt für unsere kryptos ich bin aber hier nicht alleine diesmal ist der eric mit dabei ja moin ja moin wieso sagt jeder ja moin andré tut es genau so alle ja jeder macht was irgendwie egal also wir haben hier genügend kurz zusammen geschwitzt und abpacken lassen weil wir wollten ja die boni haben und dann würde ich mal sagen auf geht's pack opening mir fehlt scheiße mir fehlt eins warte kann ich doppelt eintauschen nein ja kannst du das machen und wenn du große öffnest kriegst du sowieso ein crypto bonus stimmt okay bist du bereit wollen wir gemeinsam ziehen oder ich guckte ich guck dir zu also du willst nicht ziehen ich guck dir zu okay dann machen wir erst mal die machen wir mal einmal es sind 150 machen wir mal zwei bis drei große kisten weil das sollte dann reichen so dass ich glaube punkte weil ich ziehe sowieso nur misst legendär für trage und selten nice wofür mache ich das überhaupt noch ich habe schon wieder die scheiß entfernt tarnung ich brauche eine gute tarnung für m 87 so nummer zwei haben so nicht schlecht aus der entfernt sieht hässlich aus der großen kiste ich mache jetzt meine normalen kiste oder ich mache ich guck weg und mache die ganze zeit hin und her und du sagst dann irgendwann mal stopp okay ich guck wirklich weg okay ab jetzt kleine wollen wir es noch mal machen da kann machen wir eine kleine große haben wir selten stehen geblieben bei mir ist bis auf selten stehen geblieben ja okay damit ich wieder rüber gott machen wir selten aber selten ich ziehe nur bist alter selten normal was brauche ich was brauche ich finde okay mache ich jetzt nur noch fünf normale also fünf normale das kriege ich wahrscheinlich mehr als selten komm legendär bitte längen der bitte längen der bitte 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 normal schade 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 die ausbeute das ist jetzt auch nicht jetzt gerade kriegst komm legendär legendär bitte 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 wieder nun mal komm ich mache noch eine seltene ruinen kopf thema nice und nur drei kryptos ich habe gehofft dass ich einfach fünf bekomme naja jetzt habe ich rieper noch bedrohungen und so weiter der branche kopf sieht echt geil aus so dann wollen wir uns mal doppelt eintauschen sechs kopf bekomme ich eine kleine noch mal eine kleine da haben wir wirklich alles ausgereizt ich krieg eine seltene tarnung und eine legendäre und eine epische aus der normal fucking kiste das kann es doch nicht sein so viel pack klark aus der fucking normalen kiste krieg ich sowas raus und aus dem seltene krieg ich nur müll raus die eistern ist alle drei alle drei alle drei die man eigentlich ziehen will krieg ich auch nur meinen kiste naja manchmal glück manchmal nicht ich habe mehr packlack bei den normalen kisten naja gut dann wollen wir uns mal unsere ausbeute ein bisschen angucken und wenigstens schon mal eine eistarnung ja spät sie so oder hier habe ich eine neue geste statt revolver helfe nämlich exekült oder sie cool aus gut dann habe ich noch hier zwei für den nomad kann man schon mal einer kurz frei muss ja nicht ausrüsten jetzt habe ich doch ausgerüstet so hier zwei und es ist voller und revolver hält ja gut gibt es für jeden irgendwie so ist nichts besonderes sondern haben wir hier noch mal zwei friede das ist auch die friede so wieder zwei sport daumen drauf war das hässlich aus bis zu holen geld regeln endlich habe ich geld regen verkehrt sei mal weiter kurz was kurz sehe ich gleich doch ein bisschen ja also wir sind nebenbei noch am stream deswegen nicht wundern wenn er die ganze Zeit haben sie verletzt worgen sie bezüglich der spiel ich gerade aktuell so und dann habe ich noch was für den nomad äh ruin abschnecht Prozent schwarzmarkt und selben er nämlich cool aus gut dann wollen wir mal wieder ich und schüttend ist es besser frei daumen rauf nicht bei GTA auch ähm ja so was in Art hier sieht geil aus der kopf gerade zum äh dings zu dem passt das eigentlich spektra du hast da noch was freigeschaltet für so dann nehme ich wieder das und zeige euch jetzt mal noch die anderen sachen die ich bekommen habe ob ich hier irgendwo eine leere klasse bestball brauche ich nicht so für die ähm Shiva die habe ich aber noch nicht frei schade kannst du ähm Custom Game nehmen du kannst auch mal gucken äh so ähm Custom Game ja stimmt ich weiß aber wie ich glaube jeder weiß wie das aussieht oder eigene spiele mach ich mal kurz Cuts äh ja hier habe ich Shiva sogar ausgerüstet Touché so momentan habe ich momentan habe ich hier Sturmtarnung drauf und jetzt oh nice und ich habe schon wieder nichts für M8R7 gezogen ich brauche endlich mal was für M8R7 ja das ist also er macht da 7 habe ich eigentlich genügend Tarnungen ja sonst habe ich jetzt eigentlich doch noch ein paar ähm noch ein paar ähm wie sieht die Kale aus finde ich ich habe hier noch zwei mehr Spieler was ich noch richtig geil bei einer Waffe finde wäre wenn es eine Tarnung geben würde die einfach nur komplette weiß ist wo es gar keine Textur auf ist einfach nur weiß sieht auch cool aus so ein Schneeweiß wo nix drauf ist das ist sehr bestimmt richtig geil aus ähm ja gut ich glaube sonst gibt es kaum was noch zu zeigen ähm ne demnach bedanke ich mich fürs Zuschauen äh ich habe anscheinend mehr Packlack äh bei normalen Kisten als bei seltenen was mich natürlich ein bisschen aufregt aber na gut ähm wie gesagt nochmal vielen Dank nochmal machen ja kann ich nochmal machen irgendwann mal diesmal aber mit dann mit diesen Points ja gut vielen Dank fürs Zuschauen ähm seid auch wieder beim nächsten Mal mit dabei oder bei einem weiteren oder anderen Projekt ähm wie zum Beispiel GTA Online oder so ähm abonnieren nicht vergessen falls ihr es noch nicht getan habt äh bewerten und kommentieren ebenfalls nicht vergessen und bis dahin dann bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.